Musik Hallihallöchen und ein Herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Valheim. Ja, unser Valheim. So, liebe Leute, Folge 4, Folge 4. Ja, was haben wir da? Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch was essen. Himbeeren essen wir. Dann seht ihr unten links, es füllt sich der Balken wieder auf. Ja, gut, mit der Zeit. Ja, was machen wir? Wir werden weiter looten. Dann werden wir schon schauen, wo wir unseren Plätzchen machen. Was haben wir schon alles? Also, wir können nur durch vier Sachen craften. Können wir aber nicht. Stimmt gar nicht. Denn ich habe was herausgefunden heute. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Erstens mal brauchen wir rohes Fleisch. Ja. Dann müssen wir eine Lagerstelle machen. Und zwar... Höre ich da was? Aha. Gut. Also, ich finde das Spiel so sensationell. Steine brauchen wir immer wieder. Also, wenn ich hier irgendwas machen kann, indem ich irgendwas sammle, dann mache ich... Sammeln kann, dann mache ich das auch. Pilze sind sehr gut. Ähm, gut. Dann haben wir schon einiges auf der Karte aufgedeckt. Noch nicht so viel, aber es geht. Und ja. Wir werden ein Lagerfeuer machen. Wie geht das? Ich weiß es schon. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ja, nein, ich habe nicht geschummelt. Ich habe mich einfach nur schlau gemacht. Wir suchen uns nochmal ein Fleckchen, wo wir wohnen wollen. Bauen wir uns da gewisse Sachen auf und so weiter. Am besten wäre es dann doch irgendwo hier in der Nähe von diesen Runensteinen. Ja, haben wir schon 23 Leben wieder. Super. Gut. Dann werden wir schauen, fangst an zu frieren. Dass wir uns hier das Lagerfeuer machen. Weil ich fange an zu frieren, Leute. Und zwar nehme ich diesen Hammer in die Hand. Rechtsklick. Und somit können wir uns da ein Lagerfeuer bauen. So. Gut. Also, wir werden jetzt hier verweilen, Leute. Da irgendwo... Wir wärmen uns jetzt auf. Wir haben noch 26 Himbeeren. Süß und lecker. Mh, lecker. Mh. Cool. 45 Steine. Das heißt, wir brauchen noch 5 Steine, um einen Steinhaufen zu machen. Ja. So, haben wir. Dann werden wir uns einen Steinhaufen craften. Den werden wir uns hier hinlegen. So. Und da können wir normalerweise jetzt Steine hin tun. Na, schätze ich mal. Wir haben keine Steine mehr, Leute. Ja, ein Steinhaufen, was der Test bringen soll, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, aber egal. So, wir sind hier beim Feuer. Dann. Was können wir noch machen? Wie viel Holz haben wir? 48. Gut. Wir nehmen den Hammer in die Hand. Rechtsklick. Was können wir machen? Herstellung. Eine Kochstation. Werden wir hier runter bauen, unter dem Feuer. Sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall... Was kochen. Und zwar... Äh... Fleisch. Nö. Was mache ich hier? Äh... Ah, nö, nö. Äh, ja, ich verklicke mich die ganze Zeit hier. Hahaha. Ähm... Objekt kochen. So. Wir haben ein Fleisch, was wir gerade kochen. Seht ihr? Ah, ah. So, das müsste eigentlich bald fertig sein. Scherze ich mal, hoffentlich. Oh. Jetzt kochen wir Fleisch. Jetzt kochen wir Fleisch, Leute. Ach Gott, bin ich horstig. Ich checke gar nichts, aber egal. Aber ein bisschen kommen wir schon weiter. Zum Beispiel haben wir jetzt... Ähm... Das erste Fleisch. So. Gekochtes Fleisch. Super. Super, 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 super. Was können wir noch kochen? Äh, was ist das hier? Hä? Was hängt denn da? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas wird das schon sein, Leute. Äh, keine Ahnung. Da müssen wir warten, bis das gebraten ist. Nicht, dass das verbrennt oder so. Ah, gerillter Nixenschwanz. Ah, ich brenne, Leute. Ich brenne. Boah. Ja, ich fange an zu frieren. Ich habe ja gerade gebrannt. Wieso kann ich da anfangen zu frieren, ey? Ach, Leute. Pilze, wie viel habe ich hier? Ich habe zwei Pilze. Äh, noch nicht viel. Gut. Das ist das Erste, was wir mal jetzt gemacht haben. Sollte ich hier beim Feuer verweilen. Vielleicht sollte ich mich hinsetzen auch noch. Vielleicht ist das, glaube ich, gescheiter. Und ich würde mal sagen, machen wir einen Screenshot. So, jetzt habe ich hier mal einen Screenshot gemacht, Leute. So, bequem. Ausgeruht. Ja, du fühlst dich ausgeruht. Bequem, eins dazu. Cool. Also, ich habe bequem, äh, ja, was habe ich hier eigentlich, äh, schon ein, in den Fertigkeiten? Äh, schauen wir mal. Drei unbewaffnet, koilen sieben, blocken noch gar nichts, Äxte fünf, springen zwei, Holzhacken. Hümpf. Okay. Äh, wir geben dieses Holz hier zu dem dazu. Ja, was ist das hier? Ah, das ist gegrillter Nixenschwanz. Leben 35. Wahnsinn. Äh, das gibt Leben 40. Super. Ist cool. Also, wir sollten weiter jagen gehen. Sollten wir. Aber erst, wenn es Tag ist, weil irgendwie... ...frieren wir dann. Aber wir können die Fackel ja nehmen. Wir haben ja eine Fackel, Leute. Die werde ich mir ausrüsten und werde spazieren gehen. Ich habe hier drüben nämlich noch nicht erkundet. Ja, ich fange an zu frieren. Ich weiß es. Interessiert mich aber jetzt im Moment nicht. Hä? Neck. Neck. Ein Neck. Ich habe die so noch nie besiegt, diese Gegner, weil ich die noch nie... Die laufen davon, Leute. Bleib doch da. Ich mach dir doch nichts. Okay, dann läuft der halt davon. Ist mir auch egal. So, wir schauen weiter, dass wir Bären looten. Irgendwo werden ja schon Bären sein, schätze ich mal. Hier haben wir zum Beispiel Himbeeren. Irgendwie verfolgt mich da wieder was, oder? Kann das sein? Ja, da. Hi. Ein Greiling. So, von dem kriegen wir... Dir ist kalt. Harz? Was ist das hier? Äh... Ein Hütchen. Können wir da irgendwie rein? Ja. So, ich stelle mich unter, dann ist es mir nicht mehr kalt, oder? 27 Leben. Schaut ja schon mal gut aus. Unterkunft. Ja, sollte mir eigentlich nicht mehr kalt sein, normalerweise. Ja, da ist nichts drin. Keine Kiste oder irgendwas. Brenne ich eh nicht die Bude ab? Ja, noch immer Kälte. Also, das bringt die... Ja. Bringt ja im Moment gar nichts. Die Fackel ist gleich vorbei. Die ist gleich hinüber. Ja, ist schon hinüber. Beeren. Himbeeren. Genügend Himbeeren. Das reicht natürlich, wenn ich ein paar Himbeeren habe. Also, äh... Wenn ein paar Himbeeren esse. Ah, dann noch Himbeeren. Himbeeren, ja. Da kann ich ja mehrere... Ah, da kann ich mehrere pro... Busch pflücken. Was gibt's jetzt noch Himbeeren da? Da hab ich gerade noch eine gesehen, oder? Nö. Egal. So, marschieren wir mal weiter. Gut. Ja. In der vierten... In der vierten Folge sind wir angekommen. Und das geht immer noch weiter. Da ist nichts mehr. Da hab ich schon abgelootet. Hier auch schon? Ja. Was ist hier ein Löwenzahn? Zürbenlern. Duche. Ja, könnte ich Holz hacken, aber was will ich jetzt... Was ist das hier drüben? Ah, Wasser. Das spiegelt sich nur. Ast. Ja, damit du Holz... Du könntest halt zu essen vertragen. Himbeeren. Ah, jetzt reißt's mich. Ah, mein Hönnchen hat gerade gebetet und mich hat's extrem erschreckt. Boah. Leute. Ah, was ist das hier? Wo ist da was? Tag vier. Leute, Tag vier ist angebrochen. So, mal Tag vier. Äh, äh, bin ich eh... Ja, ich hab mich nicht gemütet. Ich hab ja gerade vorher kurz auf Muten gedrückt, weil mein Hund gebellt hat. Es hab ich glaube... Es hab ich geglaubt, ich hab mich vergessen zu Entmuten. Also, äh, hab ich nicht. Also, passt. Ähm, ich und mein Holz. Wir können immer Holz sammeln, aber ich will eigentlich jetzt nicht so großartig looten, sondern ich will eher Bären sammeln und jagen gehen. Aber irgendwie... Laufen mir die Viecher immer davor... Was ist das hier? Unterkunft? Okay, nö, irgendwas war da gerade mit Unterkunft. Okay, egal. Buche. Da gibt's ja irgendwo Tiere zum Jagen oder so. Würde mich eigentlich interessieren. Ich nehme die Keule in die Hand. Keule, Keule, Keule. Ah, Leute. Nö, 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 nö. Boah, Leute. Aber der hat mir nicht viel abgezogen. Nixentrophäe. Der hat mir... Die haben mir aber nicht viel abgezogen. Hier haben wir Feuerstein. Den brauchen wir auch ganz dringend für gewisse Sachen halt. Äh, wie zum Beispiel... Ich weiß nicht, was es jetzt genau war, wo man die brauchen kann. Wir brauchen Essen. Das ist ganz wichtig, dass wir Essen... Äh, uns Essen holen irgendwo. Am besten natürlich Fleisch. Äh, ja, aber wenn wir kein Fleisch finden, müssen wir einfach mit anderen Sachen vorlieb nehmen. Zum Beispiel mit Himbeeren. Ah, was war das? Stein. Na, okay. Na, okay, sag ich. Ähre nicht, passt sie. Aber... Ich brauche Essen. Deshalb bin ich ja jetzt hier unterwegs, um Essen zu suchen. Nicht, weil ich einfach in der Gegend herumlaufe, Leute, weil mir fad ist. Ein langweiliges. Nö, überhaupt nicht. Sondern einfach, weil ich was zum Essen suche. Zöbenlan. Ich weiß nicht, was man mit dem Löwenzahn machen kann. Das muss ich auch noch in Erfahrung bringen. Ja, es ist Tag 4 angebrochen. In der 4. Folge. Super. Hier ist Feuerstein. Auch sehr wichtig. Was ich weiß, ist, dass es eigentlich eine wichtige Serurse... Äh, Ressource. Ich bin auch ausgeruht für ein paar Sekunden. Toll. Äh, was war das? Ah, da ist ein Rundenstein, Leute. Hier haben wir noch... Löwenzahn. Hier können wir jagen. Runenstein. Lesen. Den werden wir jetzt lesen, Leute. Als der Allvater Odin die Welten einte, vergaß er weder die Vanir noch die Riesen, noch jene Kreaturen, die noch älter als alle anderen waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden. Also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Fallheim für alle Ewigkeiten als Exzellenten umherstreffen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das allen niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Na, bitte. Cool. Gefällt mir. Ja, als Odin die Welt schuf. Naja. Klar, da hat er diese Wesen auch mitgebracht. So. Hier haben wir Wildbeine, äh Wildschweine. Komm, 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 komm. So, da haben wir Fleisch. So, da bist du. So, danke. Her mit dem Harz. Dankeschön. Harz aber herzlich. Haha. So, Fleisch habe ich wieder. Ja. Äh. Nö, habe ich nicht bekommen. Gibt's ja nicht. Leute. Wo habe ich meinen... Nixenschwanz. Aha. Ich habe kein Fleisch bekommen, Leute. Was soll denn das? Hat ja kein Fleisch hergegeben. Okay. Fünf Steine von 50. Habe ich nicht schon mehr gesammelt? Na, keine Ahnung, Leute. Gut. Wenn wir weiter scharmieren, da haben wir Himbeeren. Brauchen wir immer wieder. Nein, haben wir nicht. Ist keiner oben. Wo sind die Himbeeren hin? Hier haben wir Feuersteine. Na bitte. Nassen möchte ich jetzt nicht unbedingt werden. Das nimmt mir einiges an Ausdauer weg. Die Nässigkeit. Nässigkeit. So, was haben wir da? Haben wir... Wahrscheinlich übersehe ich wieder einmal, wie ich... Wie horst... So horstig wie ich bin. Einiges an Loot. Zum Beispiel Himbeeren oder so. Ich bin wahrscheinlich schon bei 100 Himbeerensträucher vorbeigelaufen und habe sie nicht gesehen. Ja. Das kann natürlich passieren, Leute. Ah, so schleicht man. Schleichen verbessern. Los. Ah, das verbraucht Ausdauer. Sieht man hier unten die Leiste? Ah, okay. Ja, dann schauen wir mal weiter. Da ist ein Wildschwein. Komm, 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 komm. Es sind zwei gleich. Hi. Trophäe gesammelt. Komm her mit dem Fleisch. Lederschnipsel. Schon wieder kein Fleisch bekommen. Kann das sein? Nö, ich will Fleisch haben. Ja, die werden... Die werden... Nicht alle werden Fleisch hergeben, Leute. Ja, Steine werde ich trotzdem sammeln, ne? Da haben wir genügend Steine, Leute. Ja, toll. Ich brauche nämlich am Steinhaufen wieder Steine. Ja, Loot tut gut. Auch bei diesem Spiel, Leute. Ganz wichtig. Steine, Steine, Steine. Was gibt er mir? Gar nichts? Leute, gibt's ja nicht. Ähm, ja, also alle Gegner geben nicht... Äh, geben nichts her. Ähm, also es geben nicht alle Gegner was her. Sagen wir mal so. Gut, liebe Leute. Dann werde ich mal die Folge beenden, würde ich mal sagen. Werde hier diese Nixe noch... Machen. Gebt mir was. Nixen-Schwanz. Den kann man ja auch verköstigen, glaube ich. Ist ja auch was zum Essen, oder? Ja, Steine sammle ich genügend ein, Leute. Wichtig. Ja, es hat gespeichert. Und somit ein gutes Zeichen dafür, dass wir in dieser Folge aufhören können. Mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt... Allein mit von und zu mir, dem Horstie aus Österreich. Liebe Leute, ich bedanke mich für euer Zuschauer und sage wie immer... Game over. Und ciao.